Wenn jetzt der Winter vor der Tür steht, dann sollten wir uns darüber Gedanken machen, wie wir jetzt noch richtig gut in die Berge kommen. Natürlich könnten wir in teures Skitouren-Equipment investieren, aber dafür ist viel Geld und auch dementsprechendes Können beim Skifahren notwendig. Es gibt aber einen viel einfacheren Weg, um zum Ziel zu kommen. Schneeschuhe. Deswegen erklären wir euch heute alles zum Thema Schneeschuhe im Grundlagenkurs Nummer 5. Wie funktionieren Schneeschuhe? Eigentlich ganz einfach. Seit hunderten Jahren hat sich die Funktionsweise nämlich nicht geändert, denn es geht um Physik. Mit einer breiteren Auflagefläche lässt sich Gewicht besser verteilen. Logisch. Und der Schneeschuh macht sich dieses Prinzip zunutze. Durch die bessere Druck- und Lastverteilung sinkt man bei dicken Schneeschichten deutlich weniger bis gar nicht ein. Sind alle Schneeschuhe einfach Schneeschuhe oder gibt es da auch noch Unterschiede? Ja, es gibt definitiv Unterschiede. Erstmal zum Material. Denn hier finden wir schon den ersten größeren Unterschied. Im Gegensatz zu den guten alten Zeiten, als Lederfälle über Holzrahmen gespannt wurden, kommt heute Plastik oder Aluminium zum Einsatz. Alurahmen werden dann meist mit dünnem Kunststoff bespannt. Plastikschneeschuhe sind dann meist nicht bespannt, sondern bestehen aus einer einheitlichen Plastikkonstruktion. Und nicht nur das Material macht einen Unterschied, sondern auch die Krallen. Ich habe ja vorhin erwähnt, dass Schneeschuhe vor allem die Last auf den Schnee besser verteilen sollen. Doch mittlerweile haben Schneeschuhe auch die Funktion, sich besser im Schnee und am Hang zu halten. Das funktioniert dank effektiver Krallen und Zacken. Und diese Krallen können unterschiedlich oft am Schneeschuh platziert sein und unterschiedlich ausgeprägt sein. Was man im Detail gleich mal sehen kann, ist der Unterschied zwischen Vollplastikschneeschuhen und bespannten Schneeschuhen. Beschwannte Schneeschuhe sind in der Regel auf flache Schneelandschaften und leichte Hügel ausgelegt. Das Hauptaugenmerk liegt hier also auf dem Auftrieb im Pulver. Wenige Zacken helfen im Hang einen etwas besseren Halt zu haben und nicht wie eine Schildkröte vom Berg zu kugeln. Die Plastikschneeschuhe sind in der Regel meist deutlich professioneller ausgeprägt und erfüllen auch alle Anforderungen, die man zum Beispiel an Grödel hätte. Viele Zacken auf die komplette Fläche verteilt ermöglichen auch in einer sehr schrägen und steilen Hanglage einen sicheren Halt. Außerdem geben die deutlich größeren Krallen unter der Bodenplatte die Möglichkeit, auf Bruchharsch und Firn genialen Halt zu bekommen. Sie verkrallen sich im Schnee und sind damit genauso effektiv wie Harscheisen bei den Tourenschienen. Nur mit dem Vorteil, dass man sie nicht an- und ablegen muss und sie allzeit bereit sind. Ein weiterer Unterschied sind Steighilfen. Das Hartplastik ermöglicht den Ausbau und die Erweiterung der Features von Schneeschuhen. Die Bespannung ist flexibel und kann dementsprechend nicht modifiziert werden. Steighilfe helfen beim Aufstieg über Steilflanken. Das Prinzip kennt man auch von den Tourenschienen. Sie werden aufgeklappt, wenn der Hang zu steil wird und wieder eingeklappt, wenn das Gelände abflacht. Dass es diese Funktion bei Einsteigermodellen nicht gibt, ist schon allein dadurch logisch, dass die kleineren und wenigeren Krallen ohnehin nicht für steilere Hänge gemacht würden. Und somit Steighilfen im Prinzip obsolet sind. Oftmals vergessen wird, dass es bei Schneeschuhen zwar unterschiedliche Größen gibt, diese aber nicht wirklich etwas mit der Körpergröße oder dem Einsatzgebiet zu tun haben, sondern vor allem mit dem Gewicht des Nutzers. Denn wenn man leicht ist, braucht man logischerweise weniger Fläche, um das Gewicht am Untergrund zu verteilen. Wenn man schwerer ist, gilt natürlich das Gegenteil. Man braucht also größer ausgeprägte Schneeschuhe. Kommen wir zum Verschluss und dem richtigen Anliegen. Doch kurz vorher möchten wir euch noch um eine Kleinigkeit bitten. Die Alpenacademy und der YouTube-Kanal und die dementsprechende Plattform sind voll und ganz von euch abhängig. Deshalb möchten wir euch an dieser Stelle bitten, den YouTube-Kanal zu abonnieren, wenn euch die Inhalte gefallen. Damit unterstützt ihr uns gewaltig. Außerdem würden wir uns freuen, wenn ihr bei eurem nächsten Amazon-Einkauf an unsere Arbeit denkt und über unseren Link auf alpenacademy.at oder die Links unten in der Videobeschreibung einkauft. Ihr bezahlt keinen Cent mehr und wir bekommen von Amazon dafür eine kleine Provision. So, aber jetzt zurück zum Thema. Grundsätzlich funktionieren Schneeschuhe mit einer sehr flexiblen Bindung. Dabei schlüpft man in die Bindung hinein, bis der Schuh vorne ansteht. Dann wird hinten ein Band um die Ferse befestigt. Dieses verhindert, dass man nach hinten rausrutschen könnte. Hier können sich die Systeme voneinander in gewisser Weise unterscheiden. Abschließend gibt es an der Oberseite noch eine Möglichkeit, das ganze System zuzuziehen und zu verengen, um die Bindung an den Fuß anzupassen. Damit verringert sich die Bewegung und der Schneeschuh fühlt sich an, als würde er richtig am Fuß kleben und mit ihm eine Einheit bilden. Bei der Bindung gilt immer, je flexibler die Einstellungsmöglichkeiten, desto besser. Ich weiß, grundsätzlich wirken Einstellungsmöglichkeiten immer etwas überfordernd, aber die Individualität ermöglicht auch, dass man die Schneeschuhe dann an viele verschiedene Schuharten anpassen kann. So können sie auf harte, eisige Wintertouren mit vollsteigeisenfesten Schuhen mitgenommen werden und ohne viel Umdenken auch auf romantische Winterwanderungen durch den Wald. Man kann also sagen, dass es durchaus auch definierte Anwendungsgebiete für die einzelnen Schneeschuhe gibt. Wer also anspruchsvolle Hochtouren und kombinierte Touren mit leichtem Gepäck machen möchte, sollte sich im High-End-Segment umschauen. Viele Zacken aus einem Material gefertigt, zwei lange, robuste Hauptzacken und eine individuelle, robuste Bindung. Außerdem sind sie vorne ordentlich aufgestellt, um bei tiefem Schnee nicht unter den Schnee zu geraten. Das ist ebenfalls sehr praktisch. Wer sich lieber auf einfache Touren, flaches bis leicht ansteigendes Gelände konzentrieren will und lieber gemütlich die Winterlandschaften erkunden will, kann sich definitiv auch im Einsteiger-Segment umsehen. Sie bringen zwar gegenüber den High-End-Modellen keine Vorteile, aber eben auch keine nicht benötigten Features. Damit sind sie auch deutlich günstiger. Apropos Preis. Die richtigen Sparefrohs unter euch sollten sich auf Ebay oder Willhaben umsehen. Hier kriegt man Modelle auch schon aus den 2010ern für deutlich weniger Geld. Teilweise in sehr, sehr gutem Zustand. Damals war nämlich der Hype um die Schneeschuhe noch nicht so groß und die Preise waren grundsätzlich etwas niedriger. Einsteiger müssen bei Schneeschuhen ungefähr mit 180 bis 200 Euro Einstiegspreis rechnen. Neu-Preis. High-End-Modelle und Modelle für das steile Bergsteigen beginnen etwa bei 220 Euro aufwärts. Nach oben hin sind ehrlicherweise keine Grenzen gesetzt. Wie sinnvoll Schneeschuhe im Bereich von 340 Euro aufwärts sind, das steht auf einem anderen Blatt geschrieben. Wenn euch das Video geholfen hat, die Welt der Schneeschuhe besser zu verstehen, freuen wir uns über einen Daumen hoch und ein Abo auf dem Kanal. Den Bergsteigen-Grundlagenkurs gibt es übrigens jede Woche am Dienstag. Bis zum nächsten Mal wünschen wir euch wie immer wunderschöne Touren und selbstverständlich Bergheil.